Es ist Abend. Vier kleine Gestalten bewegen sich durch einen großen Park. Die riesigen Bäume tauchen die Umgebung in Finsternis. Oh, wie schön! Ein Schloss! Da gibt es bestimmt Ritter und Prinzessinnen. Ihnen ist nicht geheuer. Was ist das? Hinter den Fenstern tanzt ein Lichtschein, der immer gleich wieder verschwindet. Wenn es hier nun Gespenster gibt? Breili, du musst da rein. Oh, immer ich. Mutig öffnet er die Tür des Schlosses. Ich fasse in etwas Warmes mit Stacheln. Oh, Schreck, und Zittern tut es auch. Ich bin ein Talker. Für Breili spielt eine Flöte. Die Laute erklang für unseren Leon. Lisas Melodie tönte aus einer Gambe. Bei Eddie kam eine Trommel ins Spiel. Und Borstels Melodie ist die, die unsere Freunde ins Schloss lockte. Da ist ja unser Buch. Der kleine Löwe und seine Freunde. Komm schon, Leon. Lies uns doch mal was vor. Na gut. Hört schön zu. Musik 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 Vielen Dank.